Dirk, schon wach? Zu viel Suppe, wie steingeschlafen. Willkommen zurück zu Let's Play Chrono Trigger. Weiter geht es hier in einem Land vor unserer Zeit, wie ich damals schon sagte. Und wir haben eine Kriegerin getroffen mit dem Namen Xalia, die den guten alten Text zumindest sehr stark fand. Und ich, naja, wie soll ich sagen, ich fand es ziemlich schmeichelhaft. Und wir suchen einen roten Stein, mit dem wir dann hoffentlich das Musamune reparieren können. Da bei der Palme ist noch nichts passiert, dann gehen wir mal ins Dorf. Ich weiß jetzt nicht, wo die gute Frau sich aufhalten wird. Schäffitte, hab ich mir schon was gedacht. Gut kommen, Tex. Bald Nacht und bereit für Feier. Los, Tex. Okay, dann gehen wir auf die Feier. Alle zuhören. Neue Freunde hier. Starke Mann, Tex. Freunde von Tex. Lili, Podex. Unga, 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 unga. Jetzt wir tanzen. Unga, 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 unga. Entschuldigung. Tex, essen, singen, tanzen. Okay, dann lasst uns mal speisen. Mann, ist das lecker hier. Podex, sag mal, wie geht es denn euch so? Das ist keine Zeit zum Feiern. Los, Tex, feiern wir. Ja, du willst jetzt nicht? Du isst lieber, oder? Gibt es leckeren Fisch? Gute Musik, wir Generationen weitergeben. Oga, unga, 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 unga ganze Nacht. Oh yeah, ich singe und tanze ganze Nacht. Das ist fantastisch. Ich will auch tanzen. Ja, dann tanz mal. Ich rede mal mit Kino. Ihr Fremde, aber Xalia feiern. Warum? Gute Musik. Wir Generationen weitergeben. Sagt der Trommler das Gleiche? Gute Musik. Was ist denn das für ein Kleid? Text versuchen. Spezial- und Zeitwitscheinsuppe. Sowas Gutes. Xalia kämpft Reptiten. Ihr Chef Azala sehr gerissen. Alle in Oaka-Dorf kämpfen. Wer nicht ins La Ruba-Dorf gehen, wird wissen, wo Dorf ist. Immer verstecken. Azala will zerstören Ioka und La Ruba. Aber Xalia nicht verlieren. Er will Xalia tot aufgeben. Genug. Text, heute treffen. Guter Tag. Essen, feiern, singen, tanzen. Ja, dann sollten wir was gegen diese Ioki-Krieger machen, oder? Das ist super. Lust, Text, tanzen wir. Okay, natürlich. Mit L, R, X, Y und B tanzen. Aufhören mit A. Du, tja, da. Oh, haha, lustig. Döde, 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 döde. Yo, yo, yo. Seht ihr meinen Boogie? Yo, yo, yo. Wo, wo, wo. Aha, aha, aha. Yeah, yeah. Aha, aha. Okay, danke. Das war lustig. Bodex, komm tanzen. Ist gerade eine lustige Sause. Welch unangenehme Substanz. Und so viele Käfer darin. Ah, du bist ja am Mampfen, oder? Ja, ganz genau. Tex, du roten Stein suchen? Ja, ganz genau. Seltener roter Stein, Kraftzeichen. Xalia am stärksten in Ioka, also Xalia-Stein. Du, Xalia kämpfen. Wenn gewinnen, Xalia dir geben. Xalia herausfallen? Ja, werde ich. Viel Suppe bringen. Jetzt feiern, also essen. Tex und Xalia Suppenwettkampf. Okay, Suppenwettkampf, da bin ich dabei. Wettessen. Hier anfangen. Oft A drücken. Okay. Komm, komm. Kipp die Scheiße runter. Ah, ja, 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 ja. Ah, komm, Echsen, Echsen. Genug, Tex. Nur gewinnen. Ich Stein geben. Tex viel gegessen. Letzten Topf für Gesundheit essen. Okay, Essen. Vielleicht zu viel gegessen. Wow, das war eine Feier. Mein Schädel brummt. Wie geht's euch? G-Guten Morgen. Diese Suppe scheint Menschen zu beeinträchtigen. Morgen, Tex. War letzte Nacht nicht irre? Mein Schädel. Wo kommen diese Fußspuren her? Es ist weg. Oh nein, der Torschüssel ist verschwunden. Was? Der Dieb muss die Spuren hinterlassen haben. Es ist zu riskant, das Tor ohne ihn zu benutzen. Tex, suchen wir Xalia. Scheiße, ohne den Torschüssel können wir nicht durch die Zeiten reisen. Schuss, 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 schuss. So viel Suppe, wie Steingeschlafen. Wir wecken dich ungern, aber wir wurden beklaut. Was? Waren bestimmt Reptiten. Texas, mitkommen. Mit Reptiten abrechnen. Wer wird noch mitkommen? Wer wird noch mitkommen? Ja, komm. Unsere Truppe. Das ist perfekt. Jemand vom Dorf? Wir gehen fragen. Texas, los. Okay, gehen wir. Jemand von Dorf hat wahrscheinlich geklaut. Das rede ich auch schon so. Hey Dorfältester, du haben geklaut. Willkommen, was ihr habt. Zahn, Rotblatt, Horn, Feder, ihr drei von zwei verschiedene bringen und ich eine Waffe oder Objekt geben. Was du geben? Nehmen Rotblatt. Was noch? Nehmen Zahn. Gegen Rubin gewertuschen. Okay. Noch mehr Handel. Zahn, Rotblatt, Horn, Feder. Ihr drei von zwei. Geben dir Horn. Was noch? Geben dir Rotblatt. Weisheit tauschen. Ja. Noch mehr Handel. Was wollen du? Was können wir noch? Ein bisschen irgendwas mit einer Feder. Vielleicht kann man da so ein Federkleid daraus machen. Du nix genug. Okay. Apropos nix genug. Oha, Faust. Ne, Felsenhelm ist geiler. Kraftschal. Oha, ja, Xalia ey. Ja, die ist auch stark. Die stärker als ich. So, hier. Weisheit. Bogen der Weisheit. Ist viel, viel stärker. Könnte ich noch was nehmen? Was Neues? Habe ich ja gar nicht, ne? Leuchtenden Stein tauschen. Wie Leuchtenden Stein? Ich habe keinen Leuchtenden Stein. Hier, Tauschhaus. Viele Dinge handeln. Du wissen wollen, was tauschen? Nein. Rotblatt, Zahn, Horn und Fett, ein Jagd der Weisheit zu finden. Bei Regen neue Monster erscheinen. Gebieter ist schlecht für Saurier, du wissen. Ich dachte, wir brauchen irgendwie im Dorf eine Information. Chefhütte. Treffpunkt. Gehen wir nochmal zum Treffpunkt. Xalia muss es sich mal ansehen. Hier überall Spuren. Siehst du es, Xalia? Ja, ich sehe ihn. Aber wo können sein? Guck mal, die Suppe wollten sie auch essen. Wo ist eigentlich Kino? Kino hat bestimmt was gesehen. Kino! Hm, keine Spur von Kino. Gehen wir mal hier in diese Hütte. Vielleicht kriegen wir hier Informationen. In der Ioka-Hütte. Reptiten gesehen, von Treffpunkt gekommen, südengegangen Wald. Waukino, ganze Morge nicht da. Waldlabyrinth, unheimlich. Viele Monster noch mehr Irrwege. Chef, vorsichtig. Okay, das ist schon mal eine interessante Information. Reptitenstark, Chef, die es nehmen. Tonic. Hinterlassen Spuren, wenn rennen. Spuren folgen, Versteck finden. Siehst du das Wasser trinken? Ja, danke. Halb Titten schüppig und hab ein kaltes Blut. Schwert zu schlagen. Okay, dann auf in den Wald. Hey, da ist Kino. Kino, was sollst du tun? Warum? Sagen. Xalia, Kino, Text, Zeug genommen. Warum? Kino, Xalia am meisten mögen. Xalia, Text mögen, aber Kino nicht. Ah! Ah, Xalia, nicht so harsch. Kino, du wirst, warum ich mich bestrafen? Xalia, Kino, nicht mögen. Nein, Xalia, Kino, am meisten mögen. Nicht mehr dumme Sachen anstellen, weil das schlecht. Xalia. Leitung, Xalia. Leitung, Text. Sachen, Text zurückgeben. Nicht mehr haben, Reptiten genommen. Reptiten? Wohin gegangen? Im Wald gerannt, da. Xalia auch gehen. Kino zurück ins Dorf gehen. Kino darf beschützen, wenn Xalia weg. Okay, Xalia. Kino, Mann. Also Kino Chef, wenn Xalia sterben. Xalia. Reptiten verflucht. Deck Sachen holen. Ja, komm, wir stürzen uns da jetzt rein. Folgen den Spuren und holen meine Sachen zurück. Das ist doch eine Schweinerei. Einfach so mir nichts, dir nicht geklaut. Ich glaube, die zeige ich an. Was war das? Das Reptitenvögel. Goldadler, sie sagen. Wir schlagen sie am besten mit Schwert. Und ich mit Faust. Faust stark. Boah, 310, wenn ich das richtig gesehen habe. Okay, Schuss. Xalia, los. Mach was. Keine Probleme. Ich helfe gerne, wo ich kann. Und nimm das, blöder Vogel. Oh, er ist wütend. Blutadler. Oh, so ein Blutadler hält mehr aus, oder? Hey, was soll das? Was das soll? Na, komm schon. Gib, gib schon endlich auf. Und jetzt spür mein Schwert. Na, wie schmeckt dir das? Ah, Xalia findet gut, wie Tex agieren. Dankeschön, Xalia. Belebung erhalten. Ah, da führen uns die Spuren hin. Interessant, interessant. Was haben wir hier noch? Oh, irgendwas passiert. So ein Disco-Bruder. Zwei Disco-Brüder. Hallo, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's euch? Wir sind Kilwala. Ach ja, gleichzeitig Geschichte. Ganz genau. Das war das, was Tex sagen, auch Prophezeiung. Jetzt übertreibt man nicht. Okay, und Angriff. Oh nein, ich konnte nicht hingucken, meine Freunde. Nein. Nimm das, kleines Mädchen. Hey, nenn mich nicht kleines Mädchen. Das kriegst du zurück. Oh nein, ich hab ihm versehentlich in die Augen geschossen. Er wird blind sein. So. Tonic. Das wär echt ne Sause, aber jetzt? Einfach mal knallhart meine Sachen gestohlen. Wobei nie gesagt wurde, was genau gestohlen wurde. Aber ich hab jetzt auch keinen Bock nachzusehen. Oh nein, Vorsicht. Eine geflügelte Monster. Schlag ihn am besten mit Faust. Genau so. Wow, Xalia, du bist ziemlich stark. Danke, danke. Moment, da geht's weiter, aber hier auch. Eine Belebung erhalten. Ach, Moment, das war einfach nur der Weg hier. Okay, verstehe. Oh, wieder Disco-Fox, Brüder. Und zwei von... Oh, nur ein Gorilla meine ich, nicht zwei. Nein. Schon Attacke, aber... Den genau. Oh, der hat's überlebt. Heiliges Kanonenrohr. Hey, was soll das? Du kleiner Pogo-Puschel. So. Oh nein, der Gorilla greift nicht an. Hilfe! Hey, lass das Mädel in Ruhe. Danke, Tex. Wie ein echter Beschützer. Und nimm das, du kleines Biest. Ich sag schon, Biest statt Biest. Und wieder ein Blatt erhalten, ein Zahn und vieles mehr. Meine Lieben, wir machen erstmal einen Cut. In der nächsten Folge geht es hier weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Und bis dann. Die Affen sind da. Ihr seid nicht Mixali. Sag mir, was das ist. Sofort.